Wir sind MacFly und Band. Arvid? Der wunderschöne Gitarrist und Niklas. Der Mann hinter den Drums. Du bist behindert, Spassi, komm mal her hier, du kleiner Furz hier, was soll denn sowas? Nicht viel, 2,50 Euro und ein Bier. Nackt auf der Bühne. Ich sitze hier beim Schlagzeug, da sieht man sowieso nichts. Aber warum muss man uns das anbieten? Ich habe ein kleines, das muss ich nicht fallen. Machen wir das sowieso? Okay. Das war der letzte Auftritt. Ich hätte fast keine Luft mehr gekriegt. Wir haben irgendwas gezündet, von dem wir dachten, es wäre eine Rauchbombe für live. Das war nicht der Fall. Es war irgendeine Rauchbombe, die man für Paintball-Angriffe nutzt und in weiter Entfernung und draußen nutzen sollte. Wir haben sie auf der Bühne gezündet und so gut wir die nächsten 2 Stunden nicht mehr richtig atmen können. Das war nicht der Fall. Wir haben sie auf unserer Kiel-Angriffe. Wir haben sie auf der Bühne gezündet. Wir sind mit der Bühne gezündet. Wir haben sie auf der Bühne gezündet, von dem wir dich gerade auf der Bühne gezündet. Ich bin also zwischen Sengoku und Alfred Jodoros Quack. Nee. Der Woodpecker vom Spitz. Woodpecker. Woody Woodpecker. Woody Woodpecker. Definitiv. Definitiv. Top of my bang, bang, bang.